Im Exzellenzhaus erfreute man sich vor kurzem am Besuch einer fünfköpfigen Pop-Rock-Kombo aus den Niederlanden. Die Band Krasip war begeistert von der Atmosphäre des alten Gebäudes und fieberte ihrem Auftritt entgegen. Auch nach mittlerweile neun Jahren Bühnenerfahrung bleibt das Lampenpieber noch nicht aus. Auf ihrer What You're Waiting For Tour spielten sie ein Lied immer besonders gern. In Out Of My Bad offenbart sich die volle Impulsivität der Frontfrau und Rockhörer Jacqueline. Well, thank you. They're kind of like, fuck you, now I'm doing my own thing. That's kind of what I really liked about this album. Like, Out Of My Bad, it's about a girl I know, she's kind of like this guy that messes around with her. And then you're kind of saying like, well, fuck it, now it's over. And I really like that energy. I like pop, rock, love, music and happiness. I don't know, pop, rock, help me out. Because I really don't know, it's difficult, we always just say like, listen to the, listen to the album. Please. Please. It's gonna be our last concert of this album, so and then after this we're gonna record a new album, so it's gonna be a very special night. And it was a really great tour that we worked on, so it's a bit, a bit sad. But at the same time, of course, we're looking forward to play new songs again as well. Und so verließ manch einer das Ex-Haus nicht nur mit einem gehörigen Ohrwurm, sondern auch mit der Vorfreude auf die hoffentlich baldige Krasip Tour. Dann mit dem neuen Album.